Was, da soll ich ganz rüberschwimmen? Einmal hin und zurück, wo der Sauerstoff zählt. Ja, toll. Das ist die Königsdisziplin. Oha, was ist, wenn ich hier unterwegs absaufe? Ich rette dich, das ist gar kein Problem. Echt? Ja. Hm, das hört sich gut an. Das können die schaffen. Ich bin Schwimmmeister, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Dann bin ich ja beruhigt. Und wie sind meine Zeiten? Habe ich mich schon verbessert in den letzten Wochen? Ja. Tommy, das sind gute vier Zehntel, die wir jetzt aufgeholt haben. Und ich denke, am Ende schaffen wir locker nochmal zwei Zehntel. Die kriegen wir nochmal oben drauf. Das schaffen wir dann. Auf jeden Fall. Gut. Wie viel war das genau gewesen? Tommy, da muss ich nochmal zum Auto. Da habe ich die Unterlagen. Da schaue ich nochmal nach. Komm, eine Sportabzeigung leckt mich am Arsch. Ach du Scheiße, was ist das denn? André, komm mal her. Ich habe hier was gefunden. Komm mal. Jetzt schon wieder. André, komm mal her. André. Hallo. Hallo. Du rufst. André, wo bleibst du? Schau mal, ich habe einen gefunden. Tommy, was ist denn hier los? Der lag im Schiff. Hier. Oh Mann. Was machen wir? Ich weiß nicht. Was ist denn hier los? Das ist hier mein Angelplatz. Was spielt ihr denn hier für Spiele? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ja, wir haben im Schiff eben den Mann gefunden. Den Mann gefunden? Ja, was ist mit ihm? Mach doch mal was. Äh, hier. Schau. Beatme ihn doch mal oder sowas. Da ist nicht mehr. Ja, dann müsst ihr mal Wiederbelebung machen oder was? Ja, hab ich ja schon versucht. Du musst so mehr drücken und musst die Nase zuhalten und beatmen mit dem Mund. Mund-zu-Mund-Beatmung. Was machen wir denn jetzt? Ich habe schon gepumpt, habe ich hier schon. Ja, und wir. Das nützt nichts, nur pumpen. Dann musst du auch hier beatmen und so. Hab ich auch gemacht, aber der Steg aus dem Hals wie... Ja, nun. Nichts gut ist. Riech doch mal. Was machen wir denn? Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ruf doch mal den Notarzt an. Ja. Hast du Handy dabei? Ja. Ja, cool. Ja, nun mach doch mal. Ich habe keinen Empfang. Hey, Leute, schaut doch mal. Der hat doch Schlittschau an. Was ist das denn? Das gehen wir gar nicht. Den kann man noch nicht wiederbeleben. Entschuldigung, aber... Sag mal, das hättet ihr doch sehen müssen. Der ist doch auch so dick angezogen. Wie kann man den ja versuchen wiederzunehmen? Das stimmt ja, mit heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.